Wir suchen dich. Du weißt nicht, was du machen willst und suchst einen abwechslungsreichen Arbeitsplatz. Komm zu uns ins Team. Wir freuen uns auf dich. Den Alltag hier macht aus, dass man durch die Gleitzeit schon mal anfangen kann, mehr oder weniger, wann man möchte. Hier hat man einen sehr vielfaltreichen Einblick in der Ausbildung, in sehr viele verschiedene Abteilungen. Ich mache so gut wie jeden Tag was anderes, wenn überhaupt mal zwei Tage am Stück das Gleiche. Dass man gerade bei Industriekaufmann eigentlich einen sehr guten Überblick über alles bekommt im Unternehmen. Was man hier mitbringen muss, um hier als Auszubildender gut durchzukommen und erfolgreich zu werden, ist einfach eine hohe Motivation mit Interesse gepaart. Spaß an dem Beruf haben und sich dafür interessieren. Aufgeschlossen und freundlich sein. Das ist hier ein sehr familiäres und angenehmes Umfeld. Ich würde es genau den Leuten empfehlen, die etwas suchen, wo einem nicht langweilig wird. Da man halt sowohl die praktische Erfahrungen hier erfahren kann, plus natürlich auch noch das BWL-Wissen sich aneignen kann und zusätzlich auch noch einen Zweifachabschluss am Ende hast. Wenn du einen Ausbildungsplatz suchst, kommunikativ bist und gerne mit Menschen arbeitest, dann bewirb dich jetzt bei der DEK. Wir freuen uns auf dich. Wir freuen uns auf dich.